Hallo und herzlich willkommen zurück bei PharmaC Simulator. Ja, heute geht es natürlich weiter mit dem Spiel. Ein bisschen komisch hier, ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie... Womit mal, ist die Auflösung schon wieder kacke? Nö, die ist genau richtig. Hä? Okay, wie komme ich hier wieder raus? Hallo? Ich bin hier raus. Okay. Weiter geht's mit diesem Spiel. Wir können noch ein bisschen weitermachen. Das ist absolut kein Problem. Wir gucken mal, Personalrekrutierung erst Level 15. Okay, ist ein bisschen doof, ne? Aber was willst du machen? So, pass auf. Kann man nicht hier irgendwie Sachen hier reinstellen? Dafür ist das Ding doch da, oder nicht? Nee, irgendwie nicht so. Komisch. Aber wir müssen hier Sachen noch hinstellen. Wow, die sind sofort am Start. Wie kann ich ihnen helfen? Okay. 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 M-M-T-Zine. Zwei M-T-Zine. Äh, M-T-Zine. Äh, ich habe nur ein M-T-Zine. Warte, ich gucke mal, ob ich noch mehr M-T-Zine habe. Also einfach nur M-T, 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 M-T. Okay, wo steht hier M-T? Da steht M-T. Sehr schön. Gut. Ich hätte echt, äh, ein Lager. Wäre, glaube ich, viel besser. Zwei M-T. Einmal. Und zweimal. Sehr schön. Achso. Und dann bezahlen. Genau. Das macht dann 26 Dollar. Genau. Aber mit Karte zahlen. Cash nehmen wir hier nicht an. Wir zahlen alles nur mit Karte. Okay. Einmal Altai. Altai. Irgendwas. Altaffen. Altai. Wo bist du? Altai Flu. Genau. Das war nicht die letzte Packung. Noch nicht. Zum Glück haben die so viel Geduld mit mir, dass ich alles in Ruhe machen kann. Ohne Stress. So. Altai. Wo haben wir hier Altai? Dass ich mal ein bisschen nachfüllen kann. Altai. 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 Wo bist du? Altai. Hä? Habe ich kein Altai mehr? Oh. Da müssen wir bestellen. Altai. Ohne Altai ist hier Kacke am Dampen. Okay. Wir müssen einmal Altai bestellen. Zum Glück haben die Leute so viel Geduld. Altai Flut. Sehr schön. Einmal bestellen. Und dann ist alles schickimicki. Genau. Zum Glück haben die Leute so viel Geduld, dass sie auch warten so lange auf den Altai. Altai. Sehr schön. Da braucht man eigentlich auch gar nicht hier umsortieren. So. Wie kann ich ihnen helfen? Ah. Die zwei Sachen. Okay. Einmal Empty. 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 Einmal Klo. Wo haben wir hier Klo? Klo. Das ist der letzte Klo. Wo haben wir hier Klo? Haben wir noch Klo da? Empty haben wir auch. Klo, 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 Klo. Klo. Sehr schön. Ein Stück Klo hier. Hier ist Klo. Sehr gut. Lagersystem wäre jetzt auch geil. So. Das macht dann für Sie 25. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut. Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ein Melatonin. Melatonin. Ein Melatonin. Melatonin. Wo haben wir hier einen Melatonin? Meler. Meler, 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 Melatonin. Genau. Da ist es. Hallöchen. Hier einmal Melatonin. Das macht für Sie 9 Dollar. Einmal mit Karte bitte. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Ich habe jetzt so viel Geld. Aber wir machen weiter. Zwei Hexie. Sie möchte zwei Hexie. Hexie, Bexie. Wo ist sie Hexie? Hexie, Hexie, Hexie. Irgendwann habe ich hier Hexie gesehen. Mal Hexie, Bexie. Okay. Ich gucke mal, ob hier irgendwo Hexie drin ist. Hexie, 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 Sexy. Oh ja. Hexie, Bexie, Sexy. Nein, wir haben keinen Hexie. Muss ich erst mal bestellen. Hexie. Wir brauchen einmal Hexie. Oh ja. Würde einmal Hexie bestellen. Dankeschön. So, direkt geliefert. Finde ich gut. Aber das stört mich ein bisschen, dass es so schnell geliefert wird. Weil das ist irgendwie nicht mehr lustig und auch nicht realistisch. Das sollte schon... Ja. Zweimal Hexie. Hexie, Sexy. Das macht er in 34 Dollar. Wurde frisch geliefert. Bitte an der Kasse zahlen. Dankeschön. So. Hallo. Einmal Melatonin. Melatonin. Hallöchen. Sollte vielleicht damit aufhören. Okay, haben wir hier noch Melatonin? Ja, wir haben noch Melatonin. Und das nicht wenig an Melatonin. Man sieht die Markierung zwar nicht auf dem Boden, aber man weiß ungefähr, wo man es platziert. So, Altaffen. Da Altaffen wir mal. Altaffen? Ja. Zweimal Altaffen. Altaffen. Kommt sofort. So. Das macht für Sie 24 Dollar. Sehr schön. Da Altaffen wir mal. Ich gucke mal, wo hier Altaffen steht. Altaffen. Da. Da ist Altaffen. Und natürlich hier mehr Medikamente für Altaffen. Okay. Einmal hier. Zack. In den Müll. Zwei Gäste haben wir noch. So. Wie kann ich Ihnen helfen? Einen Altaiflu. Ein Altaiflu. Altaiflu. Hier haben wir einen Altaiflu. Paracetamol. Sehr schön. Das macht dann 10 Dollar. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut im Gewitter. Ah. Der sieht gruselig aus. Okay. Ich mache mal. Altaffen. Äh. Altaffen. Bitte nicht gruselig gucken. Asiton. Asi. Hier. Einmal ein Asi. Und ein Zino. Zino. Wo bist du, Zino? Dich brauche ich noch. Zino. Hilf mir. Ähm. Das macht dann 40 Dollar für Sie. Gucken Sie bitte nicht so gruselig. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen. Machen Sie es gut. Mögen die großen Alten dich verprügeln. Nein. Wir sind ja keine, kein Mensch, ne? Also. Ich sehe da keinen Typ. Es regnet immer noch. Warum? Okay. Können wir mal bald ein Lager oder sowas kaufen? Das wäre echt, äh. Gut. Äh. Vitamin Lizenz kaufen. Ähm. Nein. Personal geht auch nicht. Äh. Das brauchen wir nicht. Speicher. Deko. Elektrisch. Äh. Erfolg. Level. Oh Mann. Produktregal bedeutet doch bestimmt, äh. Nicht zum Verkaufen, ne? Hier ist ein Lagerregal. Vielleicht mal zwei hier mitnehmen. Aber wir haben doch ja kein Lager. Wir haben kein Lager. Skala. Was ist Skala? Äh. Mal kaufen. Also. Ich hätte schon gerne ein Lager. Hier ist noch Kosmetikkram. Fliege und Hygiene. Medizinische Scheiße. Okay. Ähm. Wollen wir klar, dass wir nicht gehen, ne? Das geht. Oh. 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 Ich dachte, das geht. Äh. Rotate. Sehr schön. Was kann man hier machen. Ah. Okay. Kilo und Gewicht. Das war falsch ausgedrückt. Egal. Ähm. B. Ich habe noch kein Lager, aber es geht hier, ne? Okay. Alles klar. Alles klar. Oh. Kann man so anknüpfen. Sehr schön. Da kann man bestimmt einfach hier so drauf platzieren, oder? Ähm. Ähm. So war das nicht gemeint. Äh. B vielleicht. Ne. Hä? Ist aber nicht gedreht. Ah. Ähm. Na, das ist ja natürlich ein bisschen doof, ne? Ja, okay. Ähm. Ich hatte schon ein richtiges Lager, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt hier kein Lager. Oder muss ich hier irgendwas andrücken? So, verkaufen. Ah, mieten. Level 19 erforderlich. Oh. Hier drin bestimmt auch, oder? Ja. Level 19. Ist ja nur erweitern, ne? Ich glaube, das ist nur erweitern. Warenhaus. Oh. Auch Level 19. Ja, was soll denn der Quatsch? Ich muss 15 werden, um Leute einzustellen. Ich muss Level 19 werden, um das hier zu erweitern. Hä? Wie soll ich das schaffen? Und hier auch nochmal. Ja, Level 19. Um das alles freizuschalten, muss ich Level 19 werden. Wow. Und Level 15 für Leute einstellen. Toll. Super. Das ist doch für den Arsch. Wichsen haftet da da. Ach, egal. So. Dann machen wir halt noch ein bisschen weiter. So. Öffne den Laden und dann weiter, ne? Einfach weitermachen. Passt schon. Und derzeit kann ich ja alles einlagern. Ich glaube, das Lager reicht nicht. Na jo. Oh, sonst nix zu tun, ne? La, 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 la. Es dauert ja noch, bis ein Gast kommt. Da ist schon der Erste. Sehr schön. So. Was kann ich, wie sie tun? Wenn ein Kunde da ist, kommt der Rest auch noch. Was? Oh, shit. Nein. Okay. Ich hab den leider verdrängt. Okay. Okay. Zwei Altaffen. Haben wir noch einen Altaffen am Start? Wir gucken mal. Altaffen. Okay. Wo ist Altaffen? Wo habe ich den Altaffen gelassen? Haben wir keinen Altaffen mehr? Das ist schlecht. Okay. Ein Moment. Wir gucken mal nach Altaffen. Einmal bestellt und schon vor der Tür. Sehr unrealistisch, aber okay. Sie möchte zwei Altaffen. Okay. Dann gehen wir ja auch Altaffen. so, noch ein Assi. Ein Assi. Und ein Gas. Wurden sich vergasen und... Naja, einfach schon. Assi und vergasen. Fünf und vier. So. 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 54 Dollar, meine Dame. Und jetzt hier... Wie kann ich Ihnen helfen? Ein Gas. Sie wollen sich vergasen. Machen Sie es zu Hause still und heimlich. Lassen Sie sich nicht erwischen. Viel Spaß damit. Das macht dann die letzten 13 Dollar Ihres Lebens. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Auf Wiedersehen. Ein Clio. Zwei Bisa. Also, ein Clio. Zwei Bisa. Ein Clio. Zwei Bisa. Wir suchen Bisa Samen. Bisa. Wo bist du? Da bist du. Meine kleine Bisa. Hm. Wir haben dich schon seit Jahren vermisst. Du kleine Bisa. Hm. Und jetzt den Assi. Hallo, Assi. Der habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Meine kleine Assi. So. Wir brauchen neue Assi. 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 Bisa Knosp ist auch da. Okay. Erstmal Bisa Samen. So. Und. Assi. Assi. Komm her, Assi. Bup, 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 bup. So. Sehr schön. So. Ähm. Habe ich schon? Achso. Nee. Zwei Asyl. Oh, zäh. Zwei Asyl. Ah, okay. 20, 40 Tabletten. Will sie haben. Ja. Entschuldigung, Tabletten vor allem nicht. Das macht 34 Dollar. Dollar. Nicht toller. Dollar. Hm. Eigentlich ist meine Zeit um, aber ich mache für sie noch eine Ausnahme. Ein Londexer. Hm. Wir lieben Londexer. Da haben wir ihn. Sanft und geschmeidigt, Ma'am. Mögen sie Spaß mit diesen Londexer haben. Viel Spaß, Ma'am. Oh, ja. Wir sehen uns natürlich dann morgen in der nächsten Folge von Amercie Simulator. Ciao mit V. Tschüß. Euer Diesischen. Tschüss.